Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es Schokolade, die wir selbst machen für den Valentinstag oder sonst irgendeinen wunderschönen Tag. Lasst sie euch schmecken und viel Spaß beim Verschenken. Unsere selbstgemachte Schokolade ist einfacher als ihr glaubt. Die sieht super fancy aus, geht aber super easy. Einfach unterschiedliche Schokoladensorten kaufen. Ich habe auch von unterschiedlichen Marken, weil ich wollte einfach wissen, ob günstig oder teuer, ob das einen Unterschied macht. Es macht gar keinen Unterschied. Ich habe Markenschokolade gekauft, ich habe No-Name-Schokolade gekauft. Das einzig Wichtige ist, dass sie verschiedene Farben haben, denn wenn ihr ein Muster haben möchtet, braucht ihr einmal Zartbitterschokolade, Vollmilchschokolade und weiße Schokolade. Und dann geht die Schokolade auch schon ungefähr so angeordnet wie ich oder wie ihr auch immer möchtet, in den Backofen für 50 Grad bei ca. 10 bis 12 Minuten. Und den Backofen solltet ihr unbedingt davor vorheizen, damit die Schmelzzeit einfach nicht verfälscht wird. Ich habe mir in der Zwischenzeit schon mal ein paar diverse Toppings rausgesucht, wie beispielsweise die getrockneten Früchte. Ich hatte keine getrockneten Früchte, deshalb habe ich sie eben einfach aus den Müsli rausgeholt. Dann habe ich mir noch Mini-Bretzel zurechtgelegt, Fruchtgummis. Aber man kann natürlich auch Smarties dazulegen, Nüsse, kleine Kekse, essbare Blüten und Streudeko habe ich dann auch noch gefunden, so mit Herzchen sogar. Oder sonst irgendwas, was ihr zu Hause habt. Sobald die 10 bis 12 Minuten vorbei sind, einfach aus dem Backofen holen und ein Muster mit so einem Schachlichtspieß oder mit einer Gabel oder was auch immer, irgendeinen spitzen Gegenstand, den ihr habt, den man vermengen kann, einfach so die Schokolade vermengen und dann auch schon dekorieren. Ich habe mich für die Mini-Bretzel entschieden. Dann habe ich die getrockneten Früchte aus meinem Müsli genommen, die Streudeko und Fruchtgummi. Aber ihr könnt es, wie ihr mögt, einfach dekorieren und euch hübsch machen. Denkt daran, ein bisschen festzudrücken, damit es so ein bisschen in der Schokolade ist und nicht so komplett auf der Schokolade liegt. Ich habe die Brezel dann übrigens auch nochmal ein bisschen festgedrückt, weil die hier im Video nicht so aussehen, als ob sie festgedrückt sind. Das habe ich im Nachhinein gemacht. Und dann einfach über Nacht in den Kühlschrank reinstellen. Ich habe 24 Stunden gewartet, weil ich hatte die Schokolade morgens gemacht und abends hatte ich einfach keine Lust mehr. Deshalb habe ich hier einfach 24 Stunden gewartet. 24 Stunden sind ungefähr vergangen. Ich habe die Schokolade kalt gelagert und sie sieht jetzt einfach so aus. Sie ist komplett getrocknet. Und man kann sie jetzt einfach hier in so ein Stück nehmen. Oh mein Gott, unten drunter sieht man sogar noch das komplette Muster. Und auseinanderbrechen. Und einzeln verpacken. Ich habe noch von Weihnachten ein paar schöne Tütchen, deshalb verpacke ich das jetzt in so ein Weihnachtstütchen. Und schon ist es fertig. Man kann es dann noch von der Hübsch zumachen und verschenken. Ich hoffe, euch hat die Schokolade selbst gemacht. Genauso gefallen und genauso geschmeckt wie mir. Lasst es ihr schmecken und viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüsschen, eure Nessi. Tschüss.